Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Prison Architects und wir waren dabei hier uns die ersten Leute zu holen. Oh Gott, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Jedes die Gefängnis brauchen Direktor. Einzelne Zellen sind zu teuer. Besonders zu Beginn, das weiß ich, stellen sie ihre Küche und ihre Kantine vor. Ich habe hier ein Gefängnis und so blablabla. Okay, die ersten Häftlinge kommen in jetzt gleich 13 Minuten. Okay, dann haben wir die Männeln. Halt, stopp, wir brauchen erstmal Personal hier. Direktorchen und vier Wachen und Koch. Was fehlt denn hier noch? Achso, ja. Wie ging das gleich? Ne. Oh, fuck it. Ruhig bleiben. Da kommen sich die ersten Männels. Hausmeister war so klein, können wir dann hier. Hier ist nämlich übelst dreckig, wie man sieht. So, die werden jetzt hier durchsucht. Wir kriegen hier neue Klamotten und werden dann erstmal hier in die Verbauungszelle gebracht. Genau, und dann bauen wir mal. Wir haben nicht mehr viel Geld. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ähm, wir tun erstmal hier in die Wand wegreißen. Ähm, ja. So, die Arbeiter dann erstmal machen für mich. Die haben sich schon angewackelt. Oh ja, der hat eine Gabel mitgehabt. Die wird natürlich gleich konfisziert. Unser Direktor war auch im Büro. Das kriegt er später. Hier müssen wir jetzt auf alle Fälle schnell was hinbasteln. Ähm. Das ist doof. Sonst haben die hier... Kann man das so groß? Ja, haben wir gar nicht viel Geld dafür. Im Sommer ist sehr sinnlos. Hm. Ja, die sind jetzt erstmal da drin. Ja, können so sein und bleiben. Das ist eine Dusche, wollten wir da bauen. Dann bauen wir hier erstmal nochmal schnell zu. So, hier ist es zu jetzt. Oder wir bauen hier kleine Zellen hin. Das geht natürlich vor. Hier eine. Hier eine. Hier eine. Die ist zu groß. Was mache ich denn? Weg. So, ist richtig. Dann bauen wir hier noch... Ja, dann bauen wir hier Zellen hin. Ja, dann brauchen wir hier eine Mauer. So. Die kostet ja nicht so viel. So. Oh, das können wir uns schon gar nicht mehr leisten, oder? Nein, das können wir uns schon gar nicht mehr leisten. Okay, können wir uns Gefängnistüren bauen. Das 200 kostet eh, ne? Das ist teuer. Hm. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich glaube... Hier konnte man sich... Ähm... Wo war das? Nee, nee, nee. Hier. Hier konnte man sich Geld holen. 30.000 Kredit haben wir. Ähm... Dann machen wir erstmal das Ehne. Tun wir uns. Was sollen wir machen dafür? Wenn wir benötigen... Duschen und einen Hof. Und Zwecköche. Haben wir eine Zwecköche eingestellt? Ne, eh. Gut, dann haben wir das Ohr erledigt. Dann brauchen wir jetzt eine Dusche. Die wollten wir jetzt hier hin bauen. War ja schon dran, ne? So, hier kommt die Dusche hin. Äh... Räume. Dusche. So. Wie war das? So, ne? Ja, kluge. Hier kommt die Mauer, hier oben. So. Brauchen wir Duschköpfe. Und Abflüsse. Zack, zack, zack. Was ist das? Da können wir nicht hier noch einen Raum weitermachen. Ja, hier. Dusche. Dusche. Objekte. Genau. So, dann bauen wir hier acht Duschköpfe ran. Haben sie mehr Duschen als Leute hier. Ist ja schon mal klasse für die. So. Eine Tür. Ja, wir bauen eine normale Tür mit hier rein. So, dann können die hier erstmal bauen. Dann haben die schon mal eine Dusche. Wir müssen hier auf alle Fälle... Achso, wir müssen hier forschen. Wir forschen jetzt erstmal Einsatz. Damit wir... ...einsatzpläne machen können. Ja, die Haufteilung finde ich auch nicht doof, ne? Gefällt mir nicht, ne? Na, wenn wir hier... ...dass du weghalten kriegt der halt hier eine etwas größere Zelle. Oder ich mach was anderes draus. Eine Verwahrung. Ich mach da raus eine geräumige Verwahrungszelle. Das ist doch super. So. Gefängnistür, Gefängnistür, Gefängnistür. Und hier machen wir jetzt eine Einzelhaft-Tür rein. Gut. Räume. Zellen. Zellen. Das sind normale Zellen. Und das wird die Einzelhaft. Genau. Für die normalen Zellen brauchen wir noch Betten. Zack, zack, zack. Und Scheißhäuser. Die brauchen wir gleich vor das Bett. Können Sie gleich drauf gucken. Hier brauchen wir gar nichts rein brauchen. Das ist ja quasi Strafzimmer. Warum ist jetzt hier eine Wand weg? Tun wir mal ein Stückchen vorspulen. Wir kriegen bald neue Heften. Zehn neue Heften. Die kommen bald an. Das so immer. Wir werden hier einen Durchbruch machen. Die zwei Wände müssen weg. Die kommen weg. So. Ja. Hier ist eine Dusche zu viel. Die müssen wir auch gleich wegreißen. Was baue ich denn hier? Hier weg damit. Abreißen. So. Versorgung. Dann brauchen wir nämlich hier erstmal Wasser. Hier runter. So. Ich baue mir gleich ein paar größere Rohr hin. Das reicht meistens immer nicht. Da hin. Und hier haben wir ja genau das Ding gestellt. So. Perfekt. So. Dann. Dann. Haben wir hier. Fundament. Da knallen wir nämlich hier unseren ersten größeren. Ja. Siehs gut. Ja. Wir bauen. Wir bauen schon größeren Zellentrakt. So. So. 13 mal 13. 12 mal 12 mal die Wände wegrechnet. Ja. Ja. Wollen wir den da hin. Blockiert. Wie blockiert. So. Ja. Ist klar. Ja. Da können die ersten schon mal duschen gehen. Strom. Strom ist ja hier hoch. Okay. Wenn die dann in 9 Stunden und 45 Minuten ankommen. machen wir es gleich für die Betten. Ja. Die Zellen sind fertig. Ja. Ist doch am schlossen. Oder nicht. Verriegeln wir das Ding mal. Ja. Ja. Ist wasch. Ach hier. Ja. Alles klar. Ich habe hier ein kleines Fehlerchen für die Einzelzelle. Ja. Einzelhaft. Jetzt müsste es funktionieren. So. Wenn der erste schon doof macht. Kann er schon da einwandern. So. Gehts hier weiter. Hilf. So. Hier kommen jetzt neue Zellen hin. Na ja. Das ist nicht. Dann machen wir hier auch noch eine Einzelhaft hin. Die haben jetzt ein bisschen größere Zellen. Also mehr Ausgang vorne raus. Ja. Gut. Dann machen wir hier noch zwei Einzelhaften. Einzelheften. Haften. Wie auch immer hin. Hier fehlt noch immer. Rohr. Hier sind schon die ersten vier drin. Der erste ist schon Einzelhaft. Hat er denn verbrochen. Der Mr. Smith. Für Froud. Was ist denn Froud. Für Froud. Was ist Froud. Was ist Froud. Das muss ich googeln. Moment. Froud. 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 Was ist Froud. Diebstahl vielleicht. Froud. 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 Betrug. Achso. Zwei Jahre für Betrug. Na ja. Halbes hat er schon abgesessen. Halbes hat er schon abgesessen. Und die Zelt hier vergeht. So. Gut. Strom. Hinter. Das Wasser beim Ocle hinterziehen mit. Äh. Haben wir das hier. Ah es ist da. Das ist ok. Ja. Gut. Tun wir uns mal. Ja. Um die Einrichtung kümmern. Bett. 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 Klo. 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 So. Und jetzt noch ein paar Türen. So. 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 Und hier noch zwei Einzelhafttüren. Perfekt. Und jetzt müssen wir noch die Räume drauf aufteilen. Das werden Zellen. Und wo haben wir die Einzelhaft. Da Einzelhaft. Das hier ist Einzelhaft. Perfekt. Die warten immer noch zu hoch. Sechs. Sieben Mann. Wie kriegen wir dann zehn wieder? Okay. Die kriegen wir jetzt gerade so unter. Hm. Na sechs. Was müssen wir bauen? Einen Hof immer bauen. Genau. Einen Hof. Den werden wir hier rausnehmen. gleich. Oder? Ne. Den bauen wir hier raus. Das ist sinnvoller. Ähm. Da tun wir nämlich gleich. Hier unten irgendwo. Ich weiß nicht. Wie mache ich das jetzt am dürfsten? Hm. Wenn ich das so mache. Wir kriegen ja gleich hoffentlich neues Geld. Ne? Da machen wir ja draußen nämlich einen Hof. So. Und dann komme ich hier ringsherum noch Häuser hin. Hier sowieso. Äh. Da haben wir mindestens eine Tür. Also brauchen wir hier eine Tür rein. Wand abreißen. Da müssen wir mal gucken. Ist das eingezahlt? Ist das überhaupt nur eingezahlt? Ne? Mauer. 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 Da ist schon mal eine raus. Ne. Gohle. Okay. Ja. Die betreffen klar ein. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Wie sieht es denn in der Wahrungszelle? Ist bloß einer drin. Das ist doch eine Ordnung. Wo sind unsere ganzen Gefangenen? Hm. Die sind wahrscheinlich in ihren Zellen. Wir sehen es einfach nicht. Aber. Hier. Genau. Da müssen wir wenigstens noch den Toilettengang ermöglichen. Ja. Hier brauchen wir Zugang. Hier brauchen wir erstmal eine ganz normale Tür rein. So. Wann kommen die? In einer Stunde kommen die schon. Gut. Okay. Kein Problem. Ähm. Wie sieht es denn hier mit der Forschung aus? Ach. Sicherheitschef. Gut. Wir müssen den Sicherheitschef einstellen. Prego. Das kann man noch nicht machen. Wir haben noch kein Geld. Scheiße. Müssen wir hier nochmal hin. Das ist in Arbeit. Wir kriegen das. Nach Abschluss kriegen wir doch eigentlich. Äh. Einen Bonus. Oder? Sicher. Hinter mindestens einer Tür. Ähm. Wir haben jetzt wieder Geld. Dann bauen wir hier die Mauten um. Und hoffentlich ist das dann sicher. Das. Oder wir bauen die ja mal. Da. Ja. Ich glaube es nicht. Ernsthaft. Boah. Okay. Da kommt da unten hier unser neuer Zellentrakt hin. Da wird noch gebaut. Oh die sind schon angekommen. Ja die sind angekommen. Okay. Die werden schon durchsucht. Bei unserem Sicherheitspersonal. Jetzt sind alle Polizisten dort alle vier die wir haben. Und hier ist gar keiner. Sehr gut. Ich könnte es theoretisch einfach ausspazieren. Warum ist das denn hier kaputt? Warum ist denn hier ein Strom? Wo ist denn? Hä? So hier fehlt ein Rohr. Kannst du es leisten? Ja. Toll. Ähm. Sehr komisch warum das da leuchtet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mit Insassen. Ja mit 17. Danach kommen 27. Naja das wird ja langsam. Geld könnten wir mal gebrauchen. Ach ich muss jetzt wirklich einfach mal hier sowas annehmen. Pfaltungszentrum. Ja komm. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle wieder. So. Da können wir unseren Zaun hier nämlich schließen. Damit wir den Hof dann kriegen hoffe ich. Bauen wir schnell. Zügig. Dann tun wir den Hof nämlich gleich vergrößern. Die ganze Fläche hier. Unter mindestens einer Tür. Wenn das zu. Jetzt oder? Ja. Jetzt ist es. Jetzt haben sie einen Hof. Supi. Ja. Cool. Perfekt. So. Kümmern wir uns weiter hier unten. Legen wir noch schnell den Strom hier lang. Mhm. Genau. Dann können wir hier einfach eine Tür rein machen. Schon zu einem Todestag. Perfekt. Dann machen wir nämlich die weg hier. Mal abreißen. Und dann machen wir hier eine Tür rein dort. Boah la. Haben wir das angeschlossen. Was machen die denn hier? Wollen die da rein? Oder was los dort? Okay. Wir haben 14.000. Wir machen gut plus. Supi. Grundsicher für mindestens 100.000. Naja. Das kann man ja relativ zügig hinkriegen. Bloß die 100 Insassen. Ja. Das geht hoch. Das ist ja alles ein Tutorial. Danach fangen wir richtig an zu bauen. Die laufen richtig schreisiger. Witzig. Also habe ich jetzt hier Strom? Ja. Gut. Dann. tun wir die Mürchen. Ne. Dann tun wir das erstmal. Einräumen. Mh. Mh. Machen wir das am dürfsten. So ein Gang wird ja reichen, denke ich. Ne. Wie groß soll denn so ein Büro sein? So ein Büro hat größtes 3x3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 3. 1, 3, 1, 3. 1, 3. Das kommt um das zuerst. So. 4 2, 4. 5. 1, 3. 1, 4. 5. 5. 6. Ich muss weg. Aktenschrank. Nur in Aktenschrank. Ja, ne. Kind, Stuhl oder so. Das ist ja ein starkes Stück. So, da brauchen wir ja Türen rein. Nur für sie. Hier reicht doch eh eine Tür. Brauchen wir jetzt weh. Ich brauche bloß einen Aktenschrank. Das ist doch ja ernst. Komm, ey, ich stelle euch wenigstens noch an den Schreibtisch rein. Das ist ja sonst erbärmlich. Das ist ja wirklich erbärmlich sonst. Das musst du nicht schon haben. Nö, das ist ja... Vielleicht brauche ich wohl gleich die Krankenstation rein. Das wäre ja auch keine doofe Idee. Finanzen und so einen Buchhalter einstellen. Buchhalter. Äh, wo ist der? Da unten. Ich benötige Finanzen. Habe ich die? Ja, okay. Gut, Leute. Das soll es erstmal für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht einen Daumen nach unten. Oder ein böses Kommentar. Wir sind ja für alles Öffene. Ansonsten, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.